Ich bin dankbar, dass es einen Bayerischen Mittelstandspreis gibt, weil er mal dazu beiträgt, dass Unternehmer, die Großes leisten, dass die mal auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Beispiele sind für andere, die das auch erreichen wollen. Eine Motivation für junge Leute, ein Unternehmer zu werden, nicht Beamter, sondern was anzupacken. Und wenn dieser Mittelstandspreis dazu beiträgt, dass das unternehmerische Leistungsprofil, dass die Innovation, die hier im Mittelstand erreicht wird, dass dies der Öffentlichkeit bekannter wird, dann ist es ein Beitrag zu weiteren Spielen in der Champions League.